Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir über 10 schmerzhafte Wahrheiten sprechen, die einhergehen mit finanziellem Erfolg. Es ist nämlich nicht immer nur alles rosig, es gibt auch einige negative Dinge, die mit finanziellem Erfolg kommen, über die würde ich gerne mit dir heute sprechen. Mehr dazu gibt es aber nach dem Intro. Übrigens, bitte versteht mich jetzt hier nicht falsch. Ich möchte kein Mitleid und das habe ich auch nicht verdient. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ihr versteht, dass es nicht unbedingt immer nur etwas Positives ist, finanziell erfolgreich zu sein. Weil obwohl natürlich die Vorteile größer sind oder mehr in der Zahl sind als die Nachteile, muss man einfach sagen, dass es definitiv Nachteile gibt. Und genau deswegen gibt es ja viele finanziell erfolgreiche Menschen, die auch gerade vielleicht viel im Rantenlicht stehen, die nicht unbedingt immer nur glücklich sind. Der finanzielle Erfolg bedeutet nicht zur selben Zeit, dass du sofort glücklich bist, sogar meist eher das Gegenteil, nämlich dass du auf einmal finanzielle Sorgen hast, von denen du vorher noch gar nichts wusstest. Dass du auf einmal die Gedanken machst, habe ich denn genug Geld? Wie kann ich mein Geld beschützen? Nimmt mir jemand das Geld weg? Und so weiter und so fort. Über solche Dinge würde ich gerne mit dir hier sprechen. Ich möchte dir auch vielleicht ein paar Lösungen anbieten für einige von diesen Problemen, weil ich, wie gesagt, alle von den Problemen, die ich dir jetzt hier in diesem Video vorstellen werde, selbst schon durchlebt habe. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, nämlich du verdienst nie so viel, wie du denkst. Und was ich damit meine, ist folgendes. Nämlich, nehmen wir beispielsweise mal an, du verdienst auf einmal richtig gut und du machst, sagen wir mal, 100.000 Euro pro Jahr brutto. Da denkst du schon, okay, 100.000, endlich bin ich sechsstellig, das ist ja klasse plus. Gerade wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, dann musst du halt davon ausgehen, dass sehr, sehr viel davon dir weggenommen wird. Also praktisch vom Staat oder dass es aufgefressen wird durch zum Beispiel Sozialabgaben. Wenn du ein bisschen über, ich glaube, 5.000 Euro verdienst netto, dann ist es in Deutschland so, dass du halt, wenn du gesetzlich krankversichert bist, beispielsweise den Höchstsatz zahlst. Wenn du beispielsweise, ich glaube, über 4.200 im Monat verdienst, dann geht man davon aus, dass du halt schon den Höchststeuersatz zahlst. Aber nicht vergessen, natürlich, es handelt sich hierbei um eine progressive Steuer. Das heißt, es bedeutet, dass du erst bei wirklich, wirklich, wirklich großen Summen du auch einen durchschnittlichen Steuersatz hast von, sag ich jetzt mal, 42% oder 45%, wenn du ledig bist. Eine Sache vorneweg hier diesbezüglich nochmal, nämlich gerade, wenn du halt auf dein Konto guckst und du hast im ersten Jahr irgendwie 100.000 gemacht und denkst dir, mein Gott, jetzt habe ich so viel Geld, da geht noch sehr, sehr viel von ab. Du hast natürlich dann auch nochmal private Ausgaben, du hast dann möglicherweise, ja, wie gesagt, die Krankenversicherung, die kann gerne mal, wenn du gesetzlich krankversichert bist, über 800 Euro im Monat kosten. Und auf einmal nach einem Jahr, wo du vielleicht 100.000 Euro verdient hast, bleiben dann vielleicht noch 30.000 übrig. Und du denkst dir, mein Gott, ich habe noch 100.000 Euro verdient, wo ist das ganze Geld geblieben? Und wenn du glücklich bist, bleiben vielleicht 30.000 Euro übrig, wenn du möglicherweise ledig bist und keine Familie hast. In den meisten Fällen, 100 Riesen sind in Deutschland immer noch viel Geld, aber es bleibt nicht so viel übrig, wie du denkst. Und schlimmer wird es dann vor allen Dingen, wenn du halt noch mehr verdienst. Zum Beispiel, wenn du, wie ich, auf einmal 100.000 Euro im Jahr verdienst und davon die Hälfte alleine in den Steuern weg ist, dann hast du halt deine 800 Euro in gesetzlicher Krankenkasse im Monat. Dann kommen, wie gesagt, auch nochmal ein paar andere laufende Kosten hinzu. Und du willst dir auch irgendwann mal deinen Lebensstandard ein bisschen upgraden, was ich bisher nicht wirklich getan habe. Aber du willst dir irgendwann mal vielleicht ein bisschen mehr ausgeben. Und gerade wenn du jetzt nicht so sparsam bist, dann merkst du auf einmal, da bleibt ja eigentlich so gut wie gar nichts übrig. Deswegen nochmal, jede Person, die sagt, ich gehe ins Ausland, um beispielsweise dort mein Unternehmen zu gründen oder halt ich wandere aus, um Steuern zu sparen, kann ich sehr gut verstehen. Wie gesagt, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz aus diesen gigantischen Abgaben, die wir hier abgeben müssen. Und vor allen Dingen der Zukunft, sag ich jetzt mal, die sich langsam mir so ausbreitet, sei es nun Finanztransaktionssteuer, sei es nun die Rebewertung von Immobilien, also wie teuer, sag ich jetzt mal, die Grundstücke sind und so weiter und so fort. Also ich bin, wie gesagt, kein großer Fan vom deutschen Steuersystem. Ich bin grundsätzlich kein großer Freund für die meisten Steuersysteme. Ich halte grundsätzlich auch nichts von solchen Dingen wie einer progressiven Steuer, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Genau, das, wie gesagt, ist das Erste, nämlich du verdienst nie so viel, wie du denkst. Dann der zweite Punkt, die Leidenschaft bleibt auf der Strecke. Und das war für mich in einem gesamten, also ein ganzes Jahr lang, war ich, um echt zu sein, ein bisschen unglücklich über mein Unternehmen. Das war nämlich im Jahr, ich glaube 2017, 2018 war das ungefähr. Nämlich, ich hatte für viele, viele Jahre am Stück Online-Kurse produziert und du musst dir Folgendes vorstellen. Du fängst mit deinem Unternehmen an, weil es dir auch irgendwie Spaß macht. Du magst es gerne, Online-Kurse zu unterrichten. So zumindest war das bei mir. Und irgendwann dann, wenn du halt viele, viele Jahre am Stück Kurse erstellt hast und du halt wirklich nichts anderes machst, von morgens bis abends, als zu reden, zu reden, zu reden, zu reden, nach ein paar Jahren denkst du dir irgendwann, naja gut, irgendwie macht das ja doch nicht mehr so viel Spaß. Aber du musst halt weitermachen, weil es sich dabei um dein Gewerbe handelt, weil du halt Verantwortung hast. Und das, wie gesagt, ist hier so ein springender Punkt. Nämlich, wenn du zum Beispiel eine Sache gerne tust, super, tolle Voraussetzungen, um ein Gewerbe aufzubauen. Wenn das auch noch dann viel Geld macht, umso besser. Bloß, irgendwann bleibt diese Leidenschaft auf der Strecke, wenn du nicht diese Leidenschaft immer wieder entfachst. Bei mir zum Beispiel habe ich jetzt nicht mehr besonders ein Problem mit der Leidenschaft, weil ich halt mehrere Einkommensströme zur selben Zeit aufbaue. Das heißt, für mich ist es eher etwas Schönes, wieder Kurse aufnehmen zu können oder Videos aufnehmen zu können, weil es andere Dinge in meinem Leben gibt, die ich vielleicht ungern tue. Wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Buchhaltung. Oder zum Beispiel T-Shirt-Business. Macht mir jetzt nicht unbedingt so viel Spaß, da irgendwelche Designs rauszusuchen und zu sagen, meinem Designer mach mal das, mach mal das. Ist jetzt nicht unbedingt so meine Leidenschaft. Ich liebe es aber, Kurse aufzunehmen. Da ich das aber nicht den gesamten Tag tun kann, schaffe ich es halt dennoch, mich jeden Tag auf diese Zeit zu freuen. Das heißt, ich freue mich sehr darauf, eine bestimmte Arbeit zu leisten, weil es irgendwie auch im gewissen Sinne mein Hobby ist. Das heißt, versuche, wenn du halt, wenn dir irgendwann mal die Leidenschaft, wenn die auf der Strecke bleibt, dann erstmal ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, was du getan hast und dann versuche halt irgendwann wieder an die ganze Sache ranzugehen. Zum Beispiel bei mir war das so, ich hatte für ziemlich genau 8 oder 10 Monate so gut wie keine Kurse erstellt und dann halt nach 8 oder 10 Monaten, wo dann auch langsam meine Einnahmen runterging, dachte ich mir, okay, jetzt ist mal wieder Zeit, jetzt muss ich mal wieder ordentlich Kurse machen. Dein dritter Punkt, Neider sind unumgänglich. Es gibt definitiv Neider in dem Leben. Es gibt Leute, die möglicherweise, ja, dich dann mögen, weil du halt finanziell erfolgreich bist, beziehungsweise die nicht unbedingt das Beste von dir wollen. Das kommt übrigens gleich nochmal auf der zweiten Slide, wo ich über ein paar falsche Leute in deinem Leben spreche, aber zum einen schon mal die Neider. Es gibt definitiv Leute, die neidisch sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen sehr kleinen Kreis, einen Menschen um mich herum. Ich habe meine zwei besten Freunde. Ich habe zwei sehr gute Freunde in China, mit denen ich mich sehr, sehr viel austausche. Ich habe, wie gesagt, meine Familie. und sonst war es das. Ich versuche jetzt nicht unbedingt so einen gigantischen Kreis an Leuten, um mich aufzubauen, weil ich auch meist dafür einfach nicht die Zeit habe. Aber ich habe halt die Leute um mich herum, wo ich, denen ich, sage ich jetzt mal, seit zehn Jahren vertraue, beziehungsweise natürlich meine Familie seit Geburt an, aber halt meine besten Freunde, die ich vielleicht seit zehn, 15 Jahren kenne und mit denen ich, wie gesagt, ja, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Und solche Leute um sich herum zu haben, ist grundsätzlich sehr sinnvoll. Kommen wir dann zum vierten Punkt, nämlich kleine Veränderungen, große Wirkungen, zum Beispiel beim Euro. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Nämlich, nehmen wir beispielsweise mal an, du hast jetzt eine halbe Million gespart. Oder sagen wir mal, du hast nur 100.000 gespart. Es ist relativ egal, welche Summe wir dort nehmen. Ich denke, sie sollte aber mindestens größer als 100.000 Euro sein. Und nehmen wir mal an, du hast dein ganzes Geld auf deiner Bank drauf und du freust dich, jetzt habe ich endlich 100 Riesen auf meinem Konto. Super. Jetzt überlegst du dir, okay, was mache ich damit? Und gerade wenn du halt zum Beispiel jetzt dir den Euro anguckst, der doch nicht unbedingt volatil ist, aber nehmen wir mal an, der Brexit wird tatsächlich durchgeführt. Wie gesagt, was man dazu denken mag, ist euch überlassen, aber nehmen wir mal an, er wird durchgeführt und es kommt tatsächlich dazu, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. Dann kann es natürlich sehr gut sein, dass der Euro auf einmal sehr, sehr stark im Wert fällt. Also sagen wir mal 10, 20, 30 Prozent. Was weiß ich. Ich denke mal, ich gehe mal eher von 10 Prozent aus. Aber nehmen wir mal an, das passiert und du hast deine 100.000 Euro gespart. Gut, würdest du davon ungefähr 10 Prozent verlieren. Das heißt, du wärst eigentlich nur noch bei der Kaufkraft von 90.000 Euro. Das Problem ist hier aber das Folgende. Nämlich nehmen wir mal an, du hast jetzt noch mehr Geld. Nehmen wir an, du hast 500.000. Dann verlierst du einfach mal so durch einen kurzen Moment 50.000 Euro. Na klar sollte man vorsorgen, bloß einfach nur, um das euch mal ein bisschen vorzuführen. Nämlich kleine Veränderungen können dann zu riesigen Veränderungen werden. Und so ist es beispielsweise nun bei Währungspaaren. Es kann auch gut so sein, dass wenn du in Geld investierst und irgendeine Firma geht bankrott oder möglicherweise ist ein Investment einfach mal nicht so gut gewesen, wie du es dir vorstellst, und zack, verlierst du auf einmal 3 Prozent von deinem Geld. Und 3 Prozent hört sich zwar nicht viel an, bloß wenn man das dann auf die Jahre rechnen würde, man würde das als Steuer bezeichnen, wäre es auf einmal eine gigante Steuer auf das, was man verdient hat, beziehungsweise es ist einfach nur ein gigantischer Verlust von Einnahmen. Heißt also, auch wenn du irgendwann mal richtig viel Geld verdienst, kann es gut sein, dass du halt nicht unbedingt dieses Geld immer haben wirst. Und es kann auch gut passieren, dass einfach durch eine ganz, ganz kleine Änderung du sehr, sehr viel Geld verlieren wirst. Denn der fünfte Punkt, du wirst nicht unbedingt glücklicher. Und das ist ein Punkt, oder eine, ja, sag ich jetzt mal, ein Faktor, den ich für lange Zeit wahrscheinlich angezweifelt hätte. Nämlich, für viele, viele Jahre war ich sehr glücklich, weil ich dachte mir, mein Gott, ich verdiene sehr, sehr gutes Geld, das Geld, klar, muss ich noch besteuern, aber dann hat sich das Ganze, und dann habe ich mein Nettovermögen, alles gut. Bloß, wenn du halt irgendwann sehr, sehr viel Geld verdienst, und die Buchhaltung wird komplexer, und du musst einfach sehr, sehr viel mehr Verantwortung tragen, dann ist man irgendwann an einem Punkt ankommen, wo man sagt, naja, eigentlich habe ich doch mein Gewerbe gar nicht dafür gegründet, ich habe doch nicht mein Gewerbe dafür gegründet, so viel Verantwortung zu übernehmen, ich wollte einfach nur mit dem, was mir persönlich Freude bereitet, Geld verdienen. Und das könnte zum Beispiel Online-Kurse erstellen sein, das könnte, wenn du, sagen wir mal, ein Autor bist, du möchtest gerne Bücher schreiben. Und diese Leidenschaft hat dich dazu bewegt, ein Gewerbe aufzubauen, bloß jetzt, ja, wie gesagt, ist nicht mehr unbedingt diese Leidenschaft so sehr da, weil halt du, wie gesagt, sehr, sehr viel dich um Dinge kümmern musst, wie, sagen wir mal, Buchhaltung, Kontakt mit Finanzämtern, und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst nicht unbedingt glücklicher, weil du viel Geld hast, ist es meist einfach so, dass du viel mehr Verantwortung bekommst und wenn du halt nicht mit Verantwortung umgehen kannst, kann er schnell in Unglück umschwingen. Bei mir war es auch so, dass ich früher nicht unbedingt so gut mit Verantwortung umgehen konnte, beziehungsweise es nicht so gewohnt war, so viel Verantwortung zu übernehmen, bloß jetzt mit der Zeit wird man doch irgendwann entspannter. Dann der sechste Punkt, du wirst für dein Vermögen diskriminiert und das ist, denke ich mal, ja, ein Punkt, über den man streiten kann, aber hier zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, dass du, wenn du vermögend bist, du nicht unbedingt positiv angesehen wirst, ganz im Gegenteil, sondern dass die Leute, die komischerweise am meisten höchstwahrscheinlich für die Gesellschaft getan haben, im Sinne von, die am meisten erwirtschaftet haben, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die Wohnraum geschaffen haben und so weiter und so fort, dass die komischerweise genau dafür diskriminiert werden. Nämlich, wenn du beispielsweise jetzt ein großes Vermögen hast oder du sagst auch nur, dass du gerne dein Vermögen vergrößern möchtest, dann wird man halt als eine Person, sag ich jetzt mal, eingeschätzt, die halt, wie soll man das am besten ausdrücken, die vielleicht, ja, Geld liebt beziehungsweise die halt über Leichen geht, um mehr Geld zu verdienen, was im meisten Fällen nicht so ist und gerade zum Beispiel auch, wenn Leute sagen, wir brauchen eine Reichensteuer und so weiter und so fort, wo ich natürlich komplett gegen bin, aber nehmen wir an, zum Beispiel jetzt, du hast Leute, die sagen, wir brauchen eine Reichensteuer und so weiter und so fort, ich glaube, die Leute denken immer, dass, wenn man so etwas einführt, dass man dann tatsächlich der Gesellschaft hilft, was man überhaupt nicht tut, nämlich die Leute, die tatsächlich Geld haben, so zum Beispiel auch in meinem Fall und glauben, ich bin ein ganz, ganz kleiner Fisch in einem sehr, sehr großen Teich, das Geld, das Geld, das ich habe, reinvestiere ich, das Geld, das ich habe, investiere ich in Projekte, damit andere Leute das Geld nehmen können und daraus was machen können, das heißt, man kurbelt die Wirtschaft an, die meisten Reichen Leute haben jetzt nicht ihr Geld einfach nur auf dem Konto oder haben das in Goldbarren irgendwo ums Safe, nein, die meisten Reichen Leute reinvestieren das Geld, damit sie es vermehren können und das ist nicht nur unbedingt deswegen, weil sie, wie gesagt, irgendwas mit dem Geld anfangen wollen, nein, sehr viele reiche Leute sehen das Ganze auch zum Beispiel als Chance, einfach Leute zu unterstützen, gerade zum Beispiel deswegen gibt es auch oft Seed-Funds, die nicht unbedingt nur darauf aus sind, sage ich jetzt mal, extreme Gewinne zu erzielen, sondern es gibt auch viele Seed-Funds, die einfach nur daran interessiert sind, Projekten zu helfen und natürlich auch, sich am Ende was einzucachen. Dann der siebte Punkt ist, dein Unternehmen lässt sich nicht pausieren und das ist ein Faktor, den man irgendwann unterschätzt, nämlich gerade, wenn du halt viel Verantwortung trägst und du einfach mal Pause machen möchtest, geht es nicht. Du musst halt durchgehend dein Unternehmen leiten. Du kannst natürlich Leute irgendwo da einstellen und versuchen, das Ganze irgendwie zu managen, bloß du wirst halt nie dich komplett von deinem eigenen Unternehmen abkoppeln können. Dann der achte Punkt ist die Wegzugsbesteuerung. Zum Glück wird sie höchstwahrscheinlich auf mich nicht zutreffen, aber wenn du beispielsweise jetzt, sage ich jetzt mal, mindestens zehn Jahre in Deutschland steuerpflichtig warst und du hast beispielsweise jetzt eine Kapitalgesellschaft beziehungsweise hältst Anteile an einer Kapitalgesellschaft wie beispielsweise jetzt einer GmbH, kann es halt gut sein, dass wenn du aus Deutschland tatsächlich wegziehst und aus dem EU-Ausland oder nicht unbedingt ins EU-Ausland ziehst, sondern ins Nicht-EU-Ausland ziehst, dass du dann halt praktisch eine Wegzugsbesteuerung hast. Nämlich normalerweise ist es so, wenn du halt aus Deutschland in den EU-Raum ziehst, also ins, ja, sage ich jetzt mal, in das EU-Ausland, dann ist es so, dass halt diese Wegzugsbesteuerung gestundet wird, was aber einfach nur bedeutet, dass wenn du tatsächlich eines Tages aus der Europäischen Union rausgehst, dass du dann halt diese Besteuerung weiterhin hast und halt diese Steuer zahlen musst. Und soweit ich weiß, ist es sowas wie halt dein Jahresnetto-Gewinn halt von dieser Kapitalgesellschaft, an der du beteiligt bist, mal halt, ich glaube, sowas wie 13, noch was und dann mal 60%, was bekloppt ist, weil du dann halt, zum Beispiel nehmen wir an, dein Unternehmen macht irgendwie 100.000 im Jahr, mal 13 bis bei 1,3 Millionen, das mal 0,6, bis du bei, ja, sagen wir mal, puh, was sind das, 700.000, 800.000, sagen wir mal 800.000 dann praktisch an Steuern. Also, wie gesagt, Wegzugsbesteuerung ist komplett bekloppt, aber kann, wie gesagt, passieren, wenn du eines Tages mal das System verlassen möchtest. Dann, der neune Punkt sind definitiv schlechte Monate. Es wird einige Monate in deiner Karriere geben, wo du einfach mal nicht zu viel Geld verdienst. Zum Beispiel, ich hatte diesen April das Problem, dass auf einmal meine Einnahmen sehr stark gesunken sind. Jetzt gerade bin ich, der letzte Monat war der zweitbeste Monat, den ich jemals hatte. Der Monat davor war der zweitbeste Monat. Das heißt, die letzten beiden Monate war der zweit- und drittbeste Monat, die ich bisher jemals hatte. Das heißt, derzeit geht es, wie gesagt, sagt mir sehr, sehr gut, bloß im April war halt der schlechteste Monat, den ich jemals hatte und das war halt eine ganz schöne, das war ganz schön frustrierend. Also nur, weil du halt finanziell erfolgreich bist, heißt es noch lange nicht, dass du nicht dennoch irgendwann mal halt weniger Geld verdienen wirst. Dann der zehnte Punkt sind die falschen Personen um dich herum. Deswegen suche dir immer Leute, denen du wirklich vertrauen kannst. In meinem Fall, ich habe nicht besonders viele Leute um mich herum, aber die Leute, die ich um mich herum habe, denen vertraue ich. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich für euch ein Ansprechpartner sein kann, weil ich grundsätzlich glaube, dass ihr mir zu 100% vertrauen könnt. Ich versuche immer, dieses Vertrauen zu erwidern und versuche mit euch ehrlich zu sein und genau deswegen kommen auch solche Videos hier zustande. Aber gut, das war es nun heute hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.